Auch beim Sägen ist es ratsam, einen Tropfen Öl auf das Werkstück zu geben, damit sich die Aluspäne nicht zwischen den Sägeblattzähnen festsetzen. Bearbeiten Sie Kunststoff aber immer trocken. Fixieren Sie, falls nötig, die Teile mit einer Schraubzwinge oder in einem Schraubstock. Tragen Sie beim Sägen eine Schutzbrille. Jedoch vor allem beim Sägen mit einer Kappsäge keine Handschuhe.